Was ist denn passiert? Ach, nur eine Wasserflasche kaputt gegangen. Wir müssen dann auch langsam los. Die Baitchen ist erst geworden. Ja, dann... Danke für alles und viel Spaß. Ja, dir auch. Ja, danke. Komm doch noch kurz mit in die Bar. Von allem, du fühlst dich so machtlos, ja? Die Wicher sind irgendwann überall. Die saßen sogar im Tee. Und ich dachte, ich hätte sie besiegt, ja? Ich habe so einen richtigen Kampf mit den Scheiß-Füchern angefangen, ja? Und es waren eigentlich keine mehr da. Und ich hatte diesen Tee ewig nicht getrunken. Und ich dachte, oh, so ein schöner Weihnachtstee. Nach Aho. Da saß da so ein Monstrum von Mane. Die war... So lang? So lang? Da saß. Bis zum nächsten Mal.